Das ist jetzt keine Familie, bitte. Ja, kein Familienunterlebnis, aber ein Stiftluftsunterlebnis, die Bosch Thermotechnik. Erstmals die Vernetzung eines konventionellen oder Brennwertkessel mit Smart Devices im Haus, sodass man auch selbst mit seinem Telefon, Smart Telefon, an der Energieeffizienz arbeiten kann und was für die Energiewende tun kann. Vielen Dank. Wir gehen jetzt hier weiter. Mal sehen, was da rauskommt. Ja, wer es nicht mitgekriegt hat, die Verhüllung hat auch, ist auch ein Projekt. Die letzte Stufe heute Abend. Und die Hülle fällt. Ja. 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 Ja, kommen Sie mir bitte. Ja. 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 Ich bin links. Ja. 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 Dann noch jetzt weiter.